Da läuft ein Zombie, Mutterseelen allein. So, ich probier mal den Pipe-Button, wie der so schön buttonen kann. Okay. Einfach mal so ein Rohr in den Zombie-Hals reindrücken. Interessant. 14 Stamina kosten. Das ist ein bisschen mehr als ein Messer. Ja, mehr als das Messer. Aber weniger als der Knüppel. Ja, ja. Oh, noch ein Nestchen mit einem Eichen. Also ich bin noch nicht dort. Ich bin jetzt da noch schnell in den Pässen-Gäßladen. Nee, also nicht bei dem Händler. Ich bin in den Pässen-Gäßladen gegangen und habe mir dort den Automaten kaputten geholt. Und die Zapfsäulen kaputten. Ah. Das sind immerhin wieder neuen Stahl. Da ist ein Huhn. Ja, nimm es mit. Nee, das ist so schnell. Die ganzen Pflastersteine abs. Habe ich schon wieder 76 Pflastersteinchen anstecken? Ha, ich hab's. Drecks Huhn. 361 Klee anstecken. Also 380 jetzt. Nur durch das Zeug, ne? Mhm. So, da ist ja ein Hund irgendwo. Das weiß ich, dass da der Hund rumwammelt. Da ist er ja schon. Na, Wuffi? Eine in die Schnauze. Bist nicht tot? Schade. Du kommst aber jetzt nicht hochgesprungen, aber du bist jetzt tot. Mal siehren. Zwei Eisenpfeile in den Kopf und dann geht das schon. Mhm. Also ich finde gerade so für den Anfang, wenn man diese Dinger mitnimmt und man ja doch ein bisschen gelevelt hat, ne? Dann brauchst du ja die, die sind die Dinger, bei mir sind die Dinger in drei Schaufelschübchen weg. Mhm. Das ist zusätzlich leicht verdientes, leicht verdienter Sand und Clay und Cobblestone. Ich bin schon wieder 124, ähm, Plaster. So, in die Richtung geht's weiter. Oh, ein Huhn. Wo denn? Oh, ein Zombie. Ja, ein Zombie hab ich auch. Aber ich will der Tünchen. Das sind zwei. Tünchen, bleib steh'n. Tünchen kitscht über den Boden. Autsch, ouch, ouch, ouch. So, okay, ich verabschiede mich darfst mal. Jo, dann Malzeit und bis später. No, genau. Tschüssi. Tschüssi, tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü überladen ein recept und noch mal stoff looten und murky water warst du scrapping war gandalf und tool die geste warst du noch ganze werkzeugen habe ich sechs bücher für dich habe ich schon sechs mal kurz afk stehst du sicher auf dem truck ich hoffe ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Spiel will mich trollen Hier noch ein paar Steine mit, damit wir den Klee, den wir unterwegs finden, gleich so Pflastersteine machen können. Also haben wir nur eins anstatt Pflastersteine, die du irgendwo einsammelst, weil Pflastersteine brauchen wir eh ohne Ende. Mit dem Auto war ich schon in den Pflastersteine, der muss auch nicht mehr reingehen, da war ich auch schon. Jetzt kommst du zu einem Punkt, wo Ganelof und ich den Echtern verbracht haben und ausgeräumt haben rundherum. Okay. Und der eine Mixer, der hat bei einer Baustelle, wo der Hund ist, der Mixer ist auch leer. Okay. 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 Wir sind. Okay. 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 Vielen Dank.